Willkommen zurück im Kurs. Wir haben uns bisher sehr stark mit den Strukturen und Verbindungsmechanismen beschäftigt, die wir aus Sicht des Lernens in einer Organisation etablieren können. Wir zielen darauf ab, die Wirkung der Fähigkeitsentwicklung in einem Unternehmen aus einer strategischen Sicht dadurch zu erhöhen. Wir widmen uns jetzt noch einmal der Frage, was in einem größeren Konzern oder größeren Unternehmen Möglichkeiten wären, auch formelle Strukturen aufzubauen, um eben das Thema Lernen stärker auf die strategische Agenda zu bringen. Denn unabhängig von der informellen Struktur, die es im Unternehmen gibt und wir können dadurch natürlich sehr viel lernen und Informationen rausziehen, brauchen wir dennoch irgendwo Entscheidungen, bei denen es auch um die Bereitstellung von Budget oder Investitionen geht. Also die nur von Personen in einem Unternehmen getroffen werden können, die auch diese Entscheidungsgewalt mitbringen. Es gibt ganz unterschiedliche Formen und jedes Unternehmen handhabt das etwas anders. Aber schauen wir uns mal drei formale Entscheidungstypen an, mit denen wir eigentlich in einem Unternehmen diese Entscheidungen des Lernens und strategischen Verbindungen vorantreiben können. Schauen wir uns mal das L&D Governance Board an. Das kann beispielsweise ein Gremium sein, das sehr nah am Vorstand arbeitet oder eben für den Vorstand genau dieses Thema Lernen mit begleitet. Es kann auch vom Aufsichtsrat etabliert werden, sodass der Aufsichtsrat hier eine Kontrolle über das Gesamtunternehmen hat, wo das Thema Lernen steht. Es geht eigentlich darum, dass ein Gremium überhalb bestimmter Geschäftsbereiche sich damit auseinandersetzt, welchen strategischen Stellenwert das Thema Lernen im Unternehmen hat. Und der Fokus liegt hier vor allem auch auf der finanziellen und strukturellen Ausstattung der Lernaktivitäten im gesamten Unternehmen. Dieses Board entscheidet nämlich gleichzeitig auch über die Finanzierung und über die Investition bestimmter strategischer Lerninitiativen. Es geht also dabei vor allem darum, größere Budgets freizugeben und wichtige Investitionsentscheidungen zu treffen. Dieses Board trifft sich regelmäßig, beispielsweise ein- oder mal im Jahr und verabredet dann neue strategische Ziele, die dann umgesetzt werden. Strategische oder sogenannte Leistungs- und Scorecards können dann dazu dienen, jeweils aus den Geschäftsbereichen heraus in dieses Board hinein den aktuellen Stand zum Thema Lernen zu reporten. Es besteht also auch die Möglichkeit, umgekehrt in die einzelnen Geschäftsbereiche aus dem L&D Governance Board heraus bestimmte Leitplanken zu setzen oder Themen in die Geschäftsbereiche zu bringen, die diese dann auf ihre Agenda nehmen. Kommen wir kurz noch auf ein zweites Instrument zu sprechen, dann bewegen wir uns mit diesem L&D Executive Board genau auf dieser Geschäftsebene, von der ich gerade gesprochen habe. Denn ein weiteres wichtiges Entscheidungsgremium unterhalb dieses L&D Governance Boards, das ja eigentlich über das gesamte Unternehmen und den gesamten Konzern hinweg arbeitet, können sogenannte Executive Boards sein. Diese sind meist besetzt mit Führungskräften aus den Geschäftsbereichen. Diese Experten, die eigentlich im Business unterwegs sind, kümmern sich nun darum, sich zum Thema Lernen und Entwicklung auszutauschen. Es geht also um Erfahrungsaustausch und die Priorisierung bestimmter Fähigkeitsthemen, die jetzt in den einzelnen Bereichen aufgebaut werden müssen. Oftmals geht es in diesen Gremien auch darum, bestimmte Lernstrategiepläne zu entwickeln, sich über Budgets auszutauschen und auch darüber Besprechungen zu halten, welche Fähigkeitsstrukturen in welchen Bereichen prioritär aufgebaut werden, sodass es beispielsweise nicht zu Redundanzen zwischen den einzelnen Geschäftsunits kommt. Ein drittes Gremium, was auch formell etabliert werden kann, ist natürlich eine Beratergruppe für Lernende. Denn bei allen strategischen Entscheidungen dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass die Perspektive der Lerner innerhalb einer Organisation eine äußerst wichtige Rolle spielt. Speziell hier geht es heute um solche Themen wie Personalisierung und persönliche Lernerfahrung. Wir können also eine solche Beratergruppe durchaus mit Personen aus den operativen Einheiten der Organisation besetzen, die sich dann darum kümmern, welche Anforderungen wir an das Lernen als Nutzer stellen. Es geht also speziell auch um dieses nutzerzentrierte Design von Lerninstrumentarien und Lernsystemen. Dadurch wird sichergestellt, dass Lerntechnologie sehr nahe auch an den Lernbedürfnissen im Unternehmen gibt. Beispielsweise können diese Beratergremien dann auch Case Studies entwickeln oder Anforderungskataloge, die dann immer an die nächsten Boards im Konzern weitergegeben werden können. Und natürlich ist es ratsam, auch hier ab und zu externe Beraterinnen und Berater hinzuzuziehen, die über neue Technologien informieren, über Lerninnovationen und aufzeigen, welche Möglichkeiten es eigentlich heute zum Thema Lernen gibt. Natürlich sind das nur drei exemplarische Einblicke in die Möglichkeiten, wie wir in einer Organisation formelle Lernentscheidungsstrukturen und Governance-Strukturen etablieren können. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Organisation ihre eigene Entscheidungsform braucht und sie sehr solide und sehr bedacht entscheiden sollten, wie stark diese Governance-Strukturen eigentlich auch in die Geschäftsfunktionen eingreifen dürfen. Denn nicht zuletzt muss man hier bedenken, dass zu viel Bürokratie wahrscheinlich auch ein Hindernis dazu stellen kann, dass Lernen tatsächlich ein Punkt auf der strategischen Agenda werden kann. Der Punkt ist hier, dass also möglichst schlanke Governance-Strukturen möglichst hohe Wirkung im Konzern erzielen. Ein Analyseinstrument für Sie als Lernprofis kann es zum Beispiel sein, eine solche Stakeholder-Map, wie Sie hier sehen, mit Hilfe dieses Instrumentariums zu entwickeln. Dieses Analyseinstrument kann genutzt werden, um herauszufinden, welche Gremien, welche Experten, welche Gruppen innerhalb welcher Organisationsstrukturen bestehen und welche Stakeholder also am Lernsystem beteiligt sind. Das hilft uns, bestimmte Verantwortlichkeitslücken oder Entscheidungslücken zu identifizieren. Testen Sie das bitte an Ihrem eigenen Unternehmen und entwickeln Sie eine Stakeholder-Map, in der Sie die wichtigsten Gremien und Beteiligten einzeichnen, die heute am Lernsystem beteiligt sind. Wer trifft die Entscheidungen über Investitionen? Wer trifft die Entscheidungen über Fähigkeitslücken? Wer trifft die Entscheidungen über Lerntechnologien? Und all diese Themen müssen letztendlich mit bestimmten Personen und Entscheidungs- und Kontrollstrukturen verbunden werden, um tatsächlich diese intendierte Wirkung zu erzielen. Halten wir also fest, dass nicht nur Wirkungsmechanismen und Verbindungsmechanismen im Unternehmen wichtig sind, sondern auch die richtigen Entscheidungsstrukturen, die in einer Organisation entwickelt werden müssen, um dann auch die strategische Wirksamkeit sicherzustellen. Mithilfe einer Stakeholder-Map sind wir in der Lage, bestimmte Lücken in den Entscheidungsstrukturen des Lernsystems innerhalb einer Organisation zu identifizieren und diese möglichst mit schlanken und unbürokratischen Systemen zu schließen.